Hallo liebe Kinder, herzlich Willkommen zurück zum bewegten Adventkalender. Hallo Hopsi, vielen Dank! Was haben wir heute drinnen? Unser Kuscheltier Hopsi, den kleinen Hopsi. Super, da freut sich der große Hopsi. Wir machen heute ein Transportspiel. Ihr könnt euch ein Stofftier holen, ihr könnt euch mehrere Stofftiere holen, weil wir versuchen unser Stofftier zu transportieren am Bauch. Ich zeige euch gleich wie. Und deswegen auch mehrere, weil vielleicht schaffen manche ja auch mehrere Stofftiere zu transportieren. Da brauche ich dann die Hilfe vom großen Hopsi. Ihr geht auf alle Viere. Genau, ich sage immer wie eine Spinnerin. Ja, den Popo zusammenzwicken in die Höhe, dass der Bauch gerade ist. Und jetzt darf der Hopsi mir, den kleinen Hopsi, auf den Bauch legen. Dankeschön. Genau. Und dann versuchen wir herumzulaufen, ohne unser Stofftier zu verlieren. Und der Bauch bleibt immer oben. Genau. Vielleicht schaffen das manche auch schneller und mit mehr Kuscheltieren. Super. Oder mal rückwärts. Ui. Uup. Mein Hopsi rutscht schon. Super. Genau. Probiert das zu Hause aus. Ziemlich spaßig. Hopsi, du darfst den kleinen Hopsi wieder nehmen. Vielen Dank. Sehr gut. Schön. Und jetzt malen wir noch unser Bild aus. Um. Untertitelung des ZDF, 2020